Du weißt flexen statt schätzen Was geht ab, Leute? Willkommen wieder auf meinen Kanal Wilder Toaster Wir spielen heute Terraria So Jetzt passt auf Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? So, willst du ein Zauberstab erstmal für den Anfang? Oder nein? Ja Ich gucke mal nach der Healer-Class Was es so gibt Ich habe mir Oranium bestellt, damit ich eine Atombombe bauen kann Jetzt probieren wir sie an USA und raschen aus Um den dritten Weltkrieg zu starten Digga, was? Okay So, Tonio, habe ich auch Wilder Appe ist gerne Wilder Appe! Nein, shiver me timbers Shiver me timbers Shiver me timbers Du joinst jetzt Juhu Say thank you Juhu Deinen Mund Und leag ich deine Adresse Hey, nein, nein, hör auf, hör auf Komm, leag meine Adresse Okay Oh Oh, Scheiße, ein Roboter-Ball Ein Ball Ich heil dich Oh, Scheiße In welchen Ja, Rosenkuhlgarten Oh, Scheiße Ich bin gestorben Die Rosenkuhlstraße 3 Wurden sonst Was? Rosenkuhlstraße 3 Oder was? Ja, das weiß jeder, dass ich dort wohne Oh, ich hab mir so gerade in die Rosenkuhlstraße Oh, Scheiße Ich lieg dir gleich deine erste Adresse Deine echte Adresse Komm, lieg mal in der Adresse doch Ross Ja, Rossmann Nein, ich hab gesagt Dross Ich hab gesagt Dross, nicht Ross Achso, wie der Vogel, Drossel? Ja! Mann, ehrlich, bist du schlau Ah, der hat angerimmt vom blöden Affen Wetten, du wusstest nicht, dass das Drossel ein Vogel ist? Ey, kann mir jemand helfen? Nein, aber ich kann dir helfen bei etwas anderem Ey! Ja, deine Geburtserklärung kann man auch fälschen Oha, verpisst euch mal Oha Das ist jetzt ehrlich Oha, Dickie, Dickie Dickie Duggie, 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 Duggie Mann, du Erdnussfleischpresser Was? Nein, Erdnussbutter Erdnussbutter, Marmeladenbrot Oh mein Gott Äh? Ein Erdnussbutter, Marmeladenbrot greift mich an Oh mein Gott Das ist so scheiße Ich bitte Sie Haben Sie das gerade Das OMG-Wort gerade gesagt? Ich habe Ohma Gerdt gesagt Hä? Nein, nein Davor, davor, davor Ja, auch Ohma Gerdt Hä? Von einem Roboter attackiert Oh mein Gerdt, Mann Ich hasse das Ich fälle gerade den einen Wald ab Weil dieses eine Wesen nicht aufhören wollte Mich zu attackieren Also habe ich seine Kinder getötet Und nicht zu sehen Hast du bitte mal joinen? Join mal bitte Was heißt joinen? Na ja, das kannst du nur, wenn du Freunde hast Also soweit ich sehe, hast du keine Freunde You got no End Okay, der springt freiwillig in seinen Tod Ja, das bist du doch auch Das ist doch Eins, eins, du Du springst doch gerne Say thank you Say thank you Hey Chinese, say mal Immer diese Chinese Kindergärtner Immer diese Immer diese Vietnamesen, Digga Rassist 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 Hä? Der hat gerade gesagt Immer diese Chinesen Und nur weil ich Vietnamesen sage Wenn ich jetzt Rassist Rassist Du Penolist Okay Bin ich aber nicht Was sagen Sie dazu, dass Was sagen Sie dazu, dass Das mystische Wesen ohne Grund Irgendwelche Leute tötet? Was hast du ihm? Ein Kampfzweck ist immer Steht Freut und Kampf Komm Komm Das mystische Kampfzweckwesen macht dich bereit Das mystische Kampfzweckwesen macht dich fahrungsfrei Hey Hey Wie man wilder Toaster Ganz ganz einfach Gecancelt Bekoch Das ist schon ehrenlos Weißt du noch, dass eine Video Weißt du noch, dass eine Video mit den zwei Pferden Ich bin aber ja Wenn du gleich nicht aufhörst, dein Pädophil Wenn du gleich nicht aufhörst, dein Pädest Factory zu spielen Wie hast du das genannt? Wie hast du das genannt? Sonst sag ich ja ganz ganz wösel zu deinem Game Das wäre? Penis Factory Das ist dein Penis Ich will, dass du Joints Ein wilder Penis Krieg ich mich gerade an Hör auf So ehrenlos Ja Wir haben Rechtschreibungen, mein Freund Das heißt nicht ehrenlos Das heißt ehrenlos Achso Das wird abgeleitet von Ehre und nicht Ehre Achso Das wird abgeleitet von Ehre Das wilde mystische Hocklin Hat gerade ein Ei gelegt Alter Meine Eier werden hier gerade gepresst, alter Thermal 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 Der Name ist der Thermalma Ah, er meint das Thermalma Er meint seine Schühnereier Wachteleier 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 sogar Nein Vega, bist du dumm? Das heißt Wachteleier, weil man sie essen kann Achso Erhältliche Eier kann man aber auch essen Ha Ja, aber Wachteleier sind klein Yo Ja, ich bin auch klein Und? Nur weil ich ein mystisches Wesen bin, heißt das nicht, dass ich super klein bin me и Es ist tot ein wildes oh my god will mich gerade angreifen ich habe gerade zucker in meine nase geschoben ich habe kohle ich habe kohle wir alle lieben einen gewissen stoff der heißt natrium alter natrium das ist so geil mann ich schwöre natrium eines der besten habt ihr euch auch mal ein naprium in die nase nein nein nicht nachmachen nicht zu hause nachmachen junge ich werde wegen euch gecancelt der kleine der kleine kirill ist unser sponsor ist unser maskottchen das zwergchen sagt der riesige und der möchte gerne riese möchte sich auch äußern wenigstens weiß ich wie man kleines heute gern riesen sind nicht gerne klein scheiße insam ist kind was tust du hier ich suche den jati nato ja der ist bei uns auf der welt und dann habe ich seine mutter genommen und sie dann weggeschmissen und das war die lebensgeschichte des kirillt was haben sie gerade meinen namen gesagt alter das muss ich ausschneiden richtig pingerlich mit namen nur weil die unsere namen kennen wissen die wissen ja immer noch nicht wie wir aussehen es gibt es gibt 10.000 menschen die kirill heißen oder so wenig es gibt ja okay es gibt schon viele ja aber von diesen menschen wissen die immer noch nicht wer du bist es gibt aber auch nicht zu viele das muss man dazu sagen immer noch von diesen menschen haben die keinen bock zu herauszufinden wer du bist plus sie interessiert ja auch gefühlt gar nicht wer du bist das ist der jati nato ich bin der jati nato was machen wir jetzt eigentlich ich werde von einem schäfchen angegriffen mcdonalds hat mich ich habe eine erste waffe wirklich ja ich habe deine erste richtige ich habe deine erste richtige waffe i have a really big jahre oh mein gott endlich eine waffe was habe ich da gerade gehört was ja ich habe gesagt oh mein gott ja 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 du bitte gleich weil nein ich habe gerade kohle gefunden das ist eine neue welt entdeckung ja ja oh ja wieso ist das eine neue weltentdeckung ist auch hier ist besser zu sagen darf ich jetzt nicht mehr sagen oder was mit einem wort werde ich nur unseren ersten boss besiegen deutschland niedersachsen solch kleiner gehen weil du kannst direkt eine ganze straße nennen jetzt fehlt nur jetzt wird nur noch die stadt und dann sind wir komplett gif nur noch aus adresse und dann sind wir komplett aber zumindest er der riesengroße der riesengroße anus mann wollte sein jungen wir sind ehrenlos wir wollen endlich alter wir warten digga anus ist ein fache wort ja so 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 so